Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Leech of Legends. Neue Folge und ich muss gut genug Bescheid aufnehmen, ja du ich. Und dann wollen wir doch mal machen, wieder eine neue Runde. Tade ist dir, ich, Ihmchen, Wodi. Und es gibt Mirror Match Nasus und Mirror Match Kata. So. Und übrigens mit dabei ist Tade. Der, der, wo seine letzte Folge, wo ich mit Themen geredet habe, wir beide. Abgekacktes. Da war nur die Hälfte drauf. Und ich hab, und ich weiß, meine Damen und Herren, ich hab natürlich wieder was komplett falsch gekauft. So, wir gehen bei Botlane. Das ist so schnell geht man einkaufen. Konnt mich noch nicht entscheiden, hab dann keinen Kata mehr gespielt. Das ist üblich. Ja, du hast immer dein übliches Bild. Immer zwei, vier Tränke und so. Das ist eigentlich... Hab auch so, bevor ich ihm das erstmal gezockt habe, ich hab mir den Tent geguckt. Ja, was ist... Was kauft man sich normalerweise mit ihm und da waren... Heil Tränke? Eigentlich gut, obwohl... Mana Tränke... Ach, verdammt. Jetzt werden mich einige schlachten, weil ich Mana Tränke mit eingekauft habe. Aber du kaufst dich nur einen Mana Tränke. Äh, leider, du darfst ja als erstes deine Fähigkeiten sagen, was du immer so machst, was deine Fähigkeiten bringt. Hey, was meinst du mit Fähigkeiten? Die vom Charakter? Ja. Ähm. B ist ein Deutsch-Dommer hergeschlagen, das Q wird ein Deutsch geworfen. E kannst du dich an Gegner heranteleportieren und er ist die Ulti, die muss man stehend ausführen. Diese wird abgebrochen, wenn du... wenn man sich dann bewegt. Und... ja. Die wirft halt auch mit Deutschen hin und her. Dieser Dance. Flash. Das... War hierhin. Bei Wully hat man die Q schon gesehen, die wirft den Gegner zurück und warum hab ich das gerade mit meinen Händen gezeigt? Äh, hol mal meine Fähigkeiten... Die W... Ähm... Die macht einfach, wenn drei... Loa... Kommt dieser Twitch her. Wenn drei... Stacks... ...sind... ...ich weiß grad nicht mal, nicht was als Stacks bezeichnet wird. Tut mir her. Hand über mich. Timo. I will see you. Alter! Nein, Daddy! Nein, so überlebe ich schon, aber... Ich hab dich grad beschüttet. So, und die... die E macht einfach nur... Was macht die E? Also... Die macht so einen kleinen... Strah... Splitz... Strahl... Was man nennen kann. Und... Joa. Und die Ulti macht einfach nur... ...dass seine Basic Attacken stärker werden. Ah... Willst du mich verarschen. Genau deswegen hasse ich jetzt schon... Twitch. Okay. So. Ich hab ihn nur einmal... ...gezockt. Und zwar... Einmal, wo der PC abgekackt ist. Yay. Ach du Kacke. Ich werd das überleben. Ich werd das überleben. Ich bin gut. Warte. Mein Lack ist wieder da. Äh... Äh... Warum? Weil du... Lucien to fail back. Wo war er? Der ist top, den. Na und? Sind das halt eben triple? Ja und dafür verkackt wird den. Cutter hier mit. No? Let the storm follow in my wake. Alter. Ich hab dich beschützt schon wieder. Ich hab grad eben überlegt ob ich mir Heiltränke kaufe. War ne richtige Entscheidung. Lucien first bot. Was? Was? Wir waren first bot. In my blood. Alter. Ich geh nochmal kurz. Ein Nordkoman. So, dann geh top. Wo ist das Problem, Junge? Gär? Versteh ich nicht. Das ist so Logik. Das ist so Logik. Das war wirklich. Diese Logik. Wir müssen die Botlane weiter machen, weil die ist gerade da. Nein. Warte, ich muss kurz ausgucken. Bis sich das geöffnet hat. Ja, ich weiß. Guck dir nochmal die Aufnahme an ob das... Jetzt... Ach du kacke, Timo. Ich weiß auch Timo. Moment mal, ich hab mir Heiltränke. Also zurzeit ist es nun mal. Los. In der Aufnahme? Ja. Okay. Eine Notification. Und was? Und was? In der Aufnahme? Das ist der Headspot. Weil der nicht Toplane geben möchte. Das ist der Headspot. Weil... Weil... Wer war Botlane eigentlich? Wer war Midlane eigentlich? Oh, jetzt ist er unsichtbar. Ich traurig. So, schön. Jetzt klaut. Es wäre besser, wenn er uns den Firstblatt gelassen hätte. Halt. Ich kann das jetzt mit dem Ping schon nicht mehr leiden. Was hast du für ein Ping? Ich meine das Ping mit dem Ping Ping Ping. Achso. Ich kann das jetzt schon nicht bleiben. Ach, leck mich. Ja, und Midlane soll jetzt verkacken, oder was? Äh. Laut sie schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ah, eins, zwei. Drei. Hä? Irgendwie bin ich blöd zu zählen. Ich geh mal kurz mit. Ich bin nachgemacht mitgehalten. Achtung, hier ist Miramage. Hier ist Miramage. Hier ist Miramage. Genau deswegen. Ach du Kacke. Ich muss weg. Ach du Kacke. Ich muss weg. Ja. Hast du grad gedacht, ich hab kein Warno. Ja. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Der Tower fällt. Ist mir egal. Ich bin immer noch schneller. Oder wenn ich überhaupt schneller doch einer fühle. Ach nee, du ist schneller. Wieso ist Lucen zu Noob? Wieso ist Lucen zu Noob? Wieso ist Lucen zu Noob? Da hat er gegratnt. Ich bin schneller. Wie ist dieser Case? Ich bin schneller. Wimbere ich mich. Timo countert mich sogar gar am besten. Leckt mich. Ähm. Da ist Katharina. Kassadin, Annie Leblos und Diana. Guck mal bei dir. Counter. Guck mal bei dir Woli an. Du müsstest sehen, dass ich Woli. Die Timo jetzt auch noch mehr hasse. So, warte. Hol die Bär. Darius, Wawik, Jorek und Timo. Guck mal, was bei Best Choice steht. Keine Ahnung. Meine App zeigt das nicht. Meine App zeigt nur die... Best Choice ist Timo gegen mich. Könnt ihr leider nicht sehen, aber... Glaubt's einfach mal. So, solange das Symbol hier übrigens drüber im Kopf ist, dann kann ich die W machen. Man wird vielleicht sehen, ja, jetzt ist es weg. Ach, okay. Mit drei Stacks. Das ist eher Stacks, up to drei. Resen. Das ist voll meine Stärke. Ich weiß, dass das nicht so gut ist. Das habe ich auch nie gesagt. Falls du's sagen willst. Als nächstes kaufe ich mir Sunfire Cape, einfach nur bei Baum. Oder weil ich kann. Haben wir einen Jungler? Nein. Haben die Gegner einen Jungler? Nein. Aber Timo hat Taylor... Schau, weil 6 gegen 6 sind das einer Jungler. Bei 5 gegen 5 kriegt man's öfter hin. Wir spielen Hexakill am Sonntag... Also morgen. Aufnahme. An der ist jetzt keine Ahnung. Ich hasse Timo schon. So. Und jetzt muss ich... Jetzt kann ich ihn doppelt hassen. Allerwohl, die Count hat. Ja. Ich hätte in die Sins spielen sollen. Wir sind Count hat Timo. Das ist... Hier warte, ich geh nochmal kurz in die App ein. Und ich weiß, dass ich auch die ganze Zeit Tab gedrückt habe. Da, 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 da. Oh, jetzt habe ich einen Minion. Was ist das? Alter, was war das? Da wäre auch noch Cutter gewesen. Und dafür ist er noch gekommen. Danke. Da, da. Ja. Wir können da dann gleich, wenn du willst, das Battle aufnehmen. Gut, warum? Ich habe es einfach so beschlossen. Was beschlossen? Ich habe einfach jetzt beschlossen, dass... Mit dem Battle... Dass wir das jetzt machen. Kann wir machen. Gut. Für euch Zuschauer ist... Das müsst ihr nicht verstehen. Steht nur Wort. Zehn Gold. So. So. Weil das zweite Item. Das erste Item war ein Schuh. Das erste Item war ein Schuh. Timo hat mich eigentlich getroffen, denn ich war in der Base geblendet. Warum das aber nicht das Rückziehen abgebrochen hat, weiß ich gerade nicht. Ich lass dir mal den Spaß. Er wollte mir schon seinen Pilz locken. Erstens hat er geschafft, zweitens, aber ich hab ihn geklickt. Hat er dich getötet? Achtung, da kommen noch ein paar. Ich komm schnell. I will save you. Wie ich mich penetrante hinter dich stellen. Das ist Teamwork. Das maßt er jeden. Irgendwie in Timo-Pilz. Und in noch einen. Und noch einen. Das war dumm. Von wem? Von Yi. Ich weiß nicht, dass du ein Feind hast. Weswegen war es dumm, dass er in den dritten Timo-Pilz rein gelaufen ist oder was? Das auch. Du kriegst ihn. Krieg ihn. Krieg ihn. Nein. Er hat keinen Mana. Da kommt Timo. Halte dich vor Timo fern. Warum hörst du nie auf mich? Das war knapp. Ja. Hast du Ignite? Was? Für Timo eben verbraucht. Für den gestrigen Timo. Warte. Ich komm. Das war jetzt natürlich noch knapp. Mal schön den Midlane-Farm abholen. Jetzt sind wir vielleicht Level 9 und können uns einen Hextecher überholen. Jupp. So. Gott. Nein, bitte nicht. Bitte nicht los. Wie kann man nur? Gott. Jetzt will er 20 surrender. Also, nur Wiga geht es auch nicht. Wenn man so viel Scheiße macht, dann soll man die auch wieder ausbauen. Wenn man so viel Scheiße macht, dann soll man die auch wieder ausbauen. Fuckers. Fuckers. So, wir hoffen, dass der Lucen, Gott, ich kann ja den nicht mehr, die, Entschuldigung, die den nicht mehr kriegen. So, das schaffe ich noch, da zu escapen. Ich mache jetzt gerade mal dem Maurice ein bisschen Sorge. Nicht, dass der hier jetzt noch stirbt. Und dann kommt so ein Ultifunution. Also, wenn die schon so viel Scheiße machen, dann sollen sie mal aufhören, die Katta die ganze Zeit zu fiedeln. Alter, guckt dir das an. Guckt euch das an. Katta steht jetzt einfach schon 6-2. Tut hat kein Mano. Hab aber keine Ulti. Hat aber trotzdem seinen Scheiß-Sorge frei. Äh, das gibt es doch nicht. Wieso hat man immer solche Team-Nichts? Was macht jeder? Hallo, die? Hallo, die sind unsere... Base? Bin ja da. Ich hab' nicht geguckt. Ich hab' nicht geguckt. Ich hab' nur... Ich hab' nicht geguckt. Ich hab' nur... 4a gedrückt und... Wo steh' ich denn? Ah! Deh, wo stand ich denn? Du standest da, und ich hab' mir erstens... Danke, Kaktix, dass du hier mir KS'ed hast. Das war jetzt wirklich nötig. Ich kann mir danach noch ein Game sucken, damit ich auch eine bessere Runde bekomme. Oh, 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 oh. So, bin wieder da. Die regt mich so auf. Anstatt, dass er wegläuft, heilt es. Kannst du auch mal. Woher habe ich denn jetzt bekommen? Achso, Ignite. Danke, haben die nämlich jetzt Superwasser. Ach, mach schon. Mach's kurz. Müsst du kurz. So, ich geh mir noch mal kurz was kaufen, dann... Das ist doch immer so schlimm, dass man direkt in den Aufnahmen einen so geschissen ist. Was nochmal? Was bekommt? Ein beschissenes Team bekommt. Ach, die letzte Aufnahme, wo du scheiß Bild hattest. Da ging's ja. Ey, der hat doch ne E. Nö. Ich finde, der guckte, er sich so leicht rausbegreift. Ich will nicht surrender. Ich will nicht. Ich auch. So, äh, für die... Nehme ich überhaupt auf? Ja. Leider. Ey, sag mir doch mal, was das denn für ein Damage macht. Mann, ey. Ey, K6 hättest du auch ruhig mal besser weiter auf Timo angreifen können. Ich bin ja überhaupt nicht auf Timo gegangen. Der einfach nur in Timo angreifen kann. K6 hättest du in Timo angreifen können. 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 Aber nein, er hat nicht mehr als Timo angreifen können. Ich muss mal den Sound etwas leiser machen. Man versteht die ja gar nicht, wenn die... Wenn die labert... Was macht der Nasus? Also ich meine jetzt unseren Nasus. Du amour. Alter, warte, fuck. Alter, K6 kriegt die ganzen Kills. Obwohl er nur da hinten irgendwie steht und die ganzen Kills versucht abzuschauen. Das regt mich grad so auf, dass der K6 da alles macht. Was macht der K6? Gott Laentower! Das glaub ich auch gar nicht. Das glaub ich aber auch klar verschwitzt. Steht der wirklich nur hier hinten? Nein. Aber er killst die ganze Zeit. Wer jetzt irgendeiner sagt, das hat nichts ge... Wie hast du den noch gekillt? Was nochmal? Wie hast du den noch gekillt? Ich hab die Q auf den geworfen. Ich hatte den eigentlich gesehen. Ich hab die Q, W, E... Alles auf den gemacht, was nur ging. Ich verwechsel irgendwie immer gegnerische Cutter und dich. Übrigens, noch eine kurze Sache. Danke an Martin... Ja, mehr kann ich nicht machen. Danke an Martin Eloko. Äh, Snake... Kikako... Essenida... Sweet Night 10 für das scheiß Team. Danke, danke, danke. Was die so hart am Anfang gefeatet haben und wir jetzt nichts mehr dagegen machen können. Als auch nur noch zu sterben. Vor allem ein großes Dank an Lusen. An? Lusen. Und Nasus und Master Yi, ihr seid die Besten. Timo-Pölz. Sorry. Ey. Das war der Autohil. Wie schaffst du das? Wenn du schon so lange an so einem kleinen Wind-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Jetzt fehlt mir die Nachbearbeitung. Weißt du warum? Weiß nicht. Wenn in der Nachbe... Nein. Ey, wenn ich jetzt noch... In der Nachbearbeitung, wenn ich... Wie lange hält diese Scheiß Toxik-Schau. Ach, ein bisschen. In der Nachbearbeitung wenn ich... Hätte ich jetzt machen können, wenn ich getrau... Wenn ich... Äh... draufgeklickt hätte. Äh, nein hätte... Nein hast du nicht. Das hätt ich so machen können, weil jetzt kann ich doch... Was macht ihr nicht? Was ist denn? Das ist... Wenn du es nicht... Was macht er nicht? Der macht welche angehen. Maus macht... ... so gut. Der Beat. Ich glaub das lade ich als 4,5. Oder 5,5 hoch. Äh. Ups. Oh Gott. Was soll denn die Kacke? Naja. Bis zum nächsten Mal.